Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadtlandfluss. Heute mit dabei ist Alex, Jeffrey und Miep und meinerseits der Leander. Viel Spaß mit dem Video euch. Einfach mal aufs Spiel starten, das Spiel beginnt. Heute mal das allererste Mal auf der Jeffrey dabei. Dazu wird auch nochmal was kommen, aber ein Vorname mit T. Übrigens doppelte Sachen streichen wir komplett raus. YouTuber. Boah, ne Mordwaffe? Ist ja übelzart. Vor allen Dingen eine dämendlich, ähm, ähm, oh, wie heißt das, äh, ich wollte gerade einen Ninja Turtle schreien, aber ich wäre gar nicht mit einem Moment, ist auch keine Waffe. Okay, YouTuber. Ähm, fuck, mit T. Ich hab doch sogar einen abonniert. Ah ja, Moment. Ey, jetzt sollst du die da gucken. Ähm, Todesursache. Todesursache. Hauen wir hier mal die, äh, die krassen Sachen raus, die, äh, hier essen und trinken. Ja. Wow. Dinge, die man jeden Tag macht. Oh, da weiß ich was. So. Äh, er hat gerade, wir haben doch abgesprochen, dass wir jetzt erst sagen. Ach so. Wow. Alter, okay. Äh, Schimpanz, das bin ich. Okay, Vorname einmal Tilo. Wie kreativ. Okay, wir sind gerade, einmal beides rausstreichen. Wir sind echt schlecht. So. Ähm, wer ist nochmal Krokodil von euch? Ich. Ich bin Krasosa. Ich kann es so wahr. Und, Arling ist das. Ich bin Starling. Okay, an, äh, eine Mordwaffen-Taku. Natürlich. Äh, Tilo im Fire, Brennthalz. T2. Ich glaub, da sollte Feuer stehen. Äh. Nein, Fire. Trichter. Dann haben wir jetzt gucken. Einfach mit dem Trichter. Easy. Ja, sollen Leute den Trichter reinwerfen? Mein Camps. Ich glaub, mit Trichter erschlagen oder so. Okay, ja. Bescheidereien. Einfach, einweilen so ein Häcksler reinwerfen. Ja. Das war ja auch damit. Einmal TC, ja. Adeus und Trashpack. Okay. Games und Spiele ist natürlich, äh, ein T ist natürlich komplett falsch. Stink. Man hätte doch TC wie es nehmen können als YouTuber. Ja, stimmt. Aber ich dachte, dass nehmen welche. So. Ist die beste Ausrede. Ich bin nicht aufgekommen. So, stinkende Sachen. Einmal der Toast. Okay, wenn du meinst. Toad Baby. Ja. Als ob wir Toast doppelt genommen haben. Oh mein Gott. Aber Toad Baby. Okay. Toad ist teuer. Das hat dir hingegen getoast. Todesursache. Toxische Vergiftung. Okay, ich finde... Tja. Ja. Toxische Vergiftung. Toxische Vergiftung. Ja, ist egal. Egal. So, also ich finde die letzte Antwort echt irgendwie etwas unkriegt. Der Tod ist Tod. Fertig. Tod ist tot. Okay. Lassen wir so knapp durchgehen. Alter. Hier hat einer anscheinend... Toast geantwortet. Äh, was? Äh, was? Okay. Ähm... Ich finde das jetzt nicht... Dinge, die man jeden Tag macht. Einmal Tilo verdampfen. Trink. Hast du von sich sehr weh? Ja. Äh, wie geil. Okay, Ergebnis... Ich kann das nicht bestätigen. Ja, jetzt doch. Unten auf... Einfach unten auf... Bestätigen. Okay. Jetzt einmal bitte alle an den Regeln halten. Wo sind die Regeln? Mordwaffe mit I oder L? Mit I. L, äh... I, okay. Ich kann nichts schreiben. Äh, ist so gerade rausgetappt. Jetzt... Hä, na, ich kann wirklich nicht schreiben. Das brägt immer zurück. Was ist das? Äh, ein... I, ne? Nicht ein L. Ah! Also, mal zu. Ähm, YouTuber. Ähm... Ähm... Ähm, 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 ähm... Mit I. Ein YouTuber mit I. Also, mit Y hätte ich... Jetzt war was gewusst, aber mit I. So... Games... Fuck, wie wird das geschrieben? Ähm... Ähm... Todesursachen... Todesursachen... Boah, ne Essen und... Okay, ich bin fertig. Ja, ja, warte mal. Das ist schön für dich. Äh... Mordwaffe mit I war's, äh... So... Schön für... Für die... Schönen Gegner jetzt mal, was man... Mit Ihnen, YouTuber, fällt mir absolut gar nichts. Ein Spiel... Ein Game oder ein Spiel? Ist Iron Sword ein Game oder ein Film? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah, ähm... Oh mein Gott, äh... Ah... Ah, scheiße, nee, das ist andersrum. Fuck. Ähm... Nein, das ist Iron Sword ein Spiel, ich weiß es gar nicht. Das ist schon nicht. Nee, glaube ich nicht. Ja, ich höre auf. Ich habe keine... Oh, scheiße. Alles klar. Okay. Okay. Vorname Ilse, Isabel, Ina... Ina... Iyan. 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 Ja. Okay, Mortwaffe, Impfausweis, ganz klar. Und Internet... Und Internetbombe. Ja, okay. Internetbombe, ja. Ja. Ist ja... Ist ja... Inscope und... Ja. Easy. Also, spiele Easy Simulator. Könntest du mir irgendwo mal zeigen, wo es den gibt? Aber okay. Hast du einen Freund oder was? Gibt es bestimmt... Hat bestimmt irgendeiner auch... Ja, gibt es. Ich I.O. gemacht, Alter. Scheiße, gibt es. Was? Okay, Igel ist unten doppelt, aber die Inselaffen nicht, ganz klar. Und in Regel blutgetränkte Tampons. Okay. So, Todesursache. Impfen. Igel. Wer hat Igel? Jetzt haben wir zwei wieder Igel. Ja, ist halt dann scheiße. Nein, meiner ist giftig. Meiner ist giftig. Ja, aber das ist in Klammern, okay? Das ist kein giftiger Igel. So, nett ist Pech. Wow. In Säure aufgelöst. Impfen. Wow. In Säure aufgelöst. Okay. Essen und trinken. Igel. 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 Okay, das kommt mir etwas spanisch vor, aber okay. Okay. Ist okay. Internet. Das neue habe ich auch. Ja, das kennt man auch. Absolut bekannt. Vorname mit L. Das ist jetzt ein L, ne? Ne, ist ein Q. Das ist, ja, das ist ein L. YouTuber mit L. Nulli LP. Nulli LP. Boah, aber den hättet ihr alle nehmen, das ist das Problem. Nulli LP. Ne, aber den mit L hättet ihr alle nehmen. So, ähm. Spiel mit L. Ein Spiel mit L. Das ist ja so blöd. Okay, stinkende Sachen. So, das. Dann Todesursache ist, ähm. Dinge, die man jeden Tag macht. So, Todesursache. Okay, ich bin fertig. Das ist schön. Wie weitestet ihr? Nichts, ähm. So. Ein Jule, okay, dann geben wir es einfach ein. Dann ficke ich euch wenigstens weg von der Antwort. Okay, hör auf. Drei, zwei, eins. Oh, shit. Ein, oh, ja, geil. Wo ist Leroy? Lina? Ach, und was, Leander? Natürlich. Als ob jetzt, jetzt zweimal. Boah, ich wollte auch als Luftwaffe schreiben und hab's dann doch nicht geschrieben. Oh mein Gott, ich war so lang. Okay, Jule. Ich hab dann auch schlecht geschrieben. Nee, das ist falsch. Hull die Elpe und... Nur die Elpe. Verstimmt gibt's die irgendwie. Selb. What the fish. Names und Spiele. Lelax. Was ist das? Leech of Legends. Nein, oben. Leech. Lelax? Ja? Gibt's nicht. Lelax. Okay. Ich hoffe, ich hab keine Ahnung, was du damit meinst. Stinkende Sachen, Leichen, Concrafter und Luft mit Abgas. Tod dem Diesel. Dem Diesel. Todesursaal. Luftballe zu fressen. Laktoseintoleranz, ganz klar. Lange Luft anhalten. Zu lange. Und Lolli zu tief im Hals. Essen. Stinken. Lauch, Lollipop, Lutscher, Lasagne. Lollipop, Lutscher. Ja, jetzt kommt noch deine Gesangseinheit. Lollipop und Lutscher ist das Gleiche. Findet ihr? Also, es sind ja unterschiedliche Wörter. Findet ihr, dass ihr seht? Ja. Komm, Hälfte, Hälfte. Also, zu weiter. Dinge, die man jeden Tag macht. Liegen, Lecken. Nein! Ich wollte auch erst Lecken schreien, Gott sei Dank. Lange zocken und liegen. Oh, scheiße. Ja, okay. Einen hätte ich sowieso kaputt gemacht. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns die Ergebnisse an. Wer hat den besten Humor? Es ist... Achso, war gut. Wer ist das jetzt? Oh, ich. Ich bin auf Platz 3, wa? Ich bin der Vierter. Gewonnen. Er war nochmal das Krokodil, das war Schaufel, oder? Ja. Krass. Ja. So. Herr Sieger über alles. Hören Sie noch etwas an die weite Welt ausrichten? Spendet uns Geld, damit wir uns besseres Equipment kaufen können. Danke. Und mit diesen beendeten Worten vom Lernen nach verabschieden wir uns. Lasst auf jeden Fall ein Abo oder ein Like da. Wir würden uns super darüber freuen. Schreibt auch gerne mal einen Kommentar. Und wir sehen uns in einer der nächsten Folge. Und bis dahin. Ja. Auf einen schönen Tag, wa? Ja. 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 Das war's für heute.